Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es am Titel, heute wird der Tee recht hot, denn vor mir liegen unglaublich viele spannende Produkte, die alle von Influencerinnen produziert wurden und deren eigenen Marken sind. Und das ist echt beeindruckend. Und wir werden das Ganze heute auf Herz und Hirn prüfen. Wir haben Produkte von Schickimicki, von Raffers Plastic Life, von Marvins eigener Marke, von Mervis eigener Brand, von Hartice. Wir haben sehr, sehr viele Produkte und wir können eigentlich ein Full-Face-Make-up nur mit Influencer-Make-up machen. Ihr wisst es, ich bin ein großer Freund davon, Support zu geben, auch wenn ich selber immer nur begrenzt Support bekomme. Das ist mir aber völlig egal. Ich glaube einfach, dass es es wert ist, meine Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie viel Geld das kostet, seine eigene Marke auf die Welt zu bringen und in die Welt zu tragen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Make-up von Influencerinnen immer noch ein Stückchen besser ist als das von Beauty Brands. Denn hier stehen Leute dahinter, die ihr kennt und sie stehen direkt davor. Und bei einer Beauty Brand ist das immer so ein bisschen anders. Da sind viele, viele Leute im Hintergrund und wenn dann mal ein Produkt dabei ist, was vielleicht nicht so beliebt ist, dann ist das nicht ganz so schlimm. Bei einer Influencerin oder bei einem kleinen Unternehmen wie das, was wir hier alle haben, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Und deswegen möchte ich das Ganze einfach ein bisschen supporten und ein bisschen testen. Und ich glaube, dass wir hier viele spannende neue Produkte finden werden. Wie gesagt, das Video entsteht in keinerlei Zusammenarbeit mit irgendjemandem natürlich nicht. Ich habe alles in PR bekommen, finde das sehr, sehr nett. Also vielen, vielen Dank dafür. Falls euch Produkte interessieren, ich verlinke es für euch natürlich und ich würde vorschlagen, wir starten. Zuallererst, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht. Wir haben 100.000 Abonnenten geknackt. Vielen, 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 vielen Dank. Ich lasse mir gerade was ganz, ganz Spannendes für euch einfallen. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Zuallererst möchte ich tatsächlich meine Augenbrauen machen. Und dazu benutze ich ein Produkt von meiner eigenen Marke, was es noch nicht gibt. Ich teste das gerade. Ich weiß nicht, ob es überhaupt auf den Markt kommt. Benutze dafür aber ein Pinselset von Shiki Miki, von Diana, ihrer eigenen Make-up Brand. Hier ist einmal das Pinselset. Da kommen wir auch gleich nochmal detailliert dazu. Aber hier ist ein Spoolie mit dabei. Und damit gehe ich jetzt in mein Augenbrauenprodukt. Bürste das alles so ein bisschen hoch. Und kann mir damit meine Augenbrauen schon mal formen. Das Bürstchen ist sehr, 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 sehr schön groß. Und wir haben auch hier hinten einen Augenbrauenpinsel mit dran, der schon von Natur aus recht schmal ist. Gefällt mir erstmal gut. Ich muss auch sagen, dass ich es wirklich beeindruckend finde, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen mit ihren eigenen Marken rauskommen. Weil es einfach... Es ist nochmal was anderes, ob du dich mit einer Marke zusammentust oder ob du deine eigene Marke rausmachst. Ich kenne ja auch mittlerweile beides. Und ich muss sagen, es macht beides total viel Spaß und man steckt sehr, sehr viel Arbeit rein. Ich gehe mal ganz kurz mit dem Spoolie hier hinten lang durch meine Augenbrauen. Da habe ich jetzt... Gibt es schon ein Produkt von einer Influencerin oder einem Influencer mit Augenbrauen? Ich glaube nicht. Und gehe hier einfach nochmal so ein bisschen durch. Nur um eine Grundlage zu haben. Dann gibt es eine Marke von Merve. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ich habe den Namen verwechselt, glaube ich. Bedi ist die Kollektion und ihre Brand heißt Kami. Es gibt auch so eine coole Make-up-Bag in so einem... Also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Die kommt in der Kamera, glaube ich, nicht... Da könnt ihr es grob sehen. Das ist so ein Metallic Forest Green Moosgrün. Sehr, 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 sehr schön. Sie hat aber auch Pinsel rausgebracht. Aber nicht so Standardpinsel, sondern sehr besondere Detailbrushes. Ich habe jetzt hier mal einen Cut-Crease-Brush. Das ist die Nummer 3. Und alle Pinsel sind wirklich sehr artistisch angelegt. Ihr habt sehr, sehr feine Pinsel. Das, was ihr im Malerbedarf findet, aber halt auf Make-up konzipiert. Wir haben hier beispielsweise einen Cut-Crease-Pinsel. Und damit schneide ich mir schon mal meine Augenbraue aus. Der ist sehr, 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 sehr flach. Und er liegt auch sehr gut in der Hand. Ich glaube, ihr könnt die Form nicht erkennen. Das ist so ein bisschen sanduhrenmäßig. Wird in der Mitte ein bisschen schmaler. Und liegt dadurch natürlich super in der Hand. Und er ist extrem flach und präzise. Krass. Alright. Okay. Gebe mir noch ein bisschen von dem Concealer auf mein bewegliches Lid. Und blende das Ganze mit einem Pinsel aus dem Schickimicki-Set wieder aus. Wir haben heute sehr, sehr viele Produkte, Freunde. Und gehe jetzt hier einfach lang und nutze das so ein bisschen als Lidschatten-Base. Ich mache das meistens mit einem Concealer, der schon so ein bisschen Deckkraft hat. Und dann kann ich da einfach ein bisschen präziser arbeiten. Einige würden bestimmt jetzt denken, hä, Maxim, aber du machst dir damit ja deine eigene Marke kaputt. Und nimmst dir damit Verkäufe weg. Vielleicht. Aber, wisst ihr, ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Creatorinnen und Creator nicht weiterkommen, wenn wir uns gegenseitig ausbohlen und ausbohlen? Ausbohlen? Gegeneinander ausspielen. Und es ist genug Platz für alle da. Und man kann auch die Produkte alle nicht so wirklich vergleichen. Vielleicht ein paar Lashes oder vielleicht mal ein Pinsel, aber das sind ja auch unterschiedliche Pinsel. Und ich glaube, dass man einfach für seine Kolleginnen und Kollegen lieber ein gutes Wort übrig haben sollte, als ein schlechtes Wort. Pinsel, auch der hier ist sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ein Produkt. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, what the F? Aber im Nachgang war das schon echt eine krasse Sache. Und zwar hat Merve mit ihrer Brand Augentapes rausgebracht. Die gibt es in drei verschiedenen Größen. Die sind auch alle so zusammen. Ich habe jetzt hier das Größte. Und damit kann man, und das ist so genial gemacht, da sind schon so Perforationen dran, dass du sie abreißen kannst. Und dann kannst du sie dir hier hinten ans Auge kleben. Und die halten extrem gut. Ich habe die auch schon benutzt. Und das ist so genial gemacht, weil dieses Washi-Tape, das hält immer nicht so richtig. Das sieht immer so ein bisschen komisch aus. Und hier hast du einfach schon den perfekten Halt dran. Geht jetzt nochmal hier so ein bisschen mit dem Concealer lang, dass ich hier auch eine schöne Base habe. Drückt das Ganze fest. Und jetzt haben wir Lidschatten. Ich habe zwei verschiedene Lidschatten-Paletten, die ich auch gerne benutzen möchte. Einmal von Marvin. Seiner eigenen Beauty-Brand. Gender X Beauty. Die sieht einmal so aus. Da haben wir richtig coole Topper-Farben, die wir gleich benutzen möchten. Ich habe aber noch eine andere Palette. Und die finde ich echt krass gemacht. Die ist von Raffas Plastic Cosmetics. Von Raffas Plastic Life. Ihre eigene Brand. Ich liebe ihre Lipglosser. Aber das Ding ist extrem hochwertig. Das ist super schwer. Das ist richtig stabil. Es hat hier sogar so ein kleines Bändchen mit dran. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese Kleinigkeiten kosten. Also ein Großteil des Preises bei Influencer-Make-up ist gar nicht, dass es in unsere eigene Tasche geht. Sondern die Entwicklung und die Zulassung und alles Mögliche. Das ist das Schätzchen. Wir haben zwölf Farben drin, die extrem leuchtend und grell sind. Wir haben sogar einen Spiegel. Und die Palette möchte ich jetzt nutzen. Ich starte mit einem fluffigen Pinsel aus dem Diana Set und gehe in die Farbe Beste Leben. Erstmal die Namen ihrer Produkte sind mega gut. Es ist gar kein Kickback da. Der Pinsel ist voll. Und die Farbe setze ich mir jetzt hier in meine Crease. Oh krass. Erstmal der Pinsel ist extrem weich. Und der Lidschatten ist extrem pigmentiert. Extrem. Schaut mal. Ich tupfe hier einfach nur rauf und habe sofort Pink. Und das ist nur so ein helles Pink. Also das kommt glaube ich in der Kamera gar nicht so rüber. Aber die Farbe ist eher so ein helleres Pink. Es gibt auch noch hellere zum Setten, zum Fixieren und auch so ein bisschen was Alltagstauglicheres. Aber das ist ein krasses, krasses, schönes alltägliches Pink. Ich mache den Pinsel ein bisschen sauber und blende das Ganze mit Disrespect aus. Ist ein bisschen heller und geht da einfach nur hier oben lang. Es wird heute definitiv kein tragbarer, alltagstauglicher Look. Weil wir wirklich sehr, sehr viele Farben hier haben, die bunt sind, die schreien. Aber die Qualität dieser Farbe alleine schon ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist einfach gar kein Kickback da dran. Wo wird die hergestellt? Made in Germany sogar. Krass. Wir nehmen einen kleineren Pinsel und gehen in die Farbe Unabhängigkeitskönigin. Das ist auch kein Kickback, Alter. Und presse mir dieses Hot Pink auch direkt nochmal in die Lidfalter und verdunkel das Ganze. Das sind natürlich Farben, die schreien raffer und das ist auch total on Brand. Und ich glaube, wenn man auch gerne bunte Farben trägt, ich weiß, einige lieben bunte Farben, dann ist das auf jeden Fall vom ersten Eindruck her schon extrem gut. Also ihr seht das, die Farben schreien, die Farben sind leuchtend und extrem pigmentiert. Lassen sich sehr, sehr gut ausblenden. Ich finde es toll zu sehen, wie meine Kolleginnen und Kollegen oder wie wir alle tolle Produkte kreieren. Ganz abdunkeln tue ich das Ganze mit Glow des Jahres und setze mir das hier hin und mische noch ein bisschen Traurigkeit des Todes mit rein. Das ist so ein bisschen was Blaueres, einfach um noch so ein bisschen Tiefe und Dimensionen drin zu haben. Ich mag ja auch im Moment sehr, sehr gerne lilane Farben. Das ist ja auch die Farbe, die im Moment total beliebt ist. Und den blende ich mir jetzt einfach nur noch ein. Ich will jetzt gar nicht so viel Lila haben, sondern nur so ein Touch. So sieht das Ganze aus. Ich mag die pinken Töne, ich mag die dunklen Töne sehr, sehr gut. Und jetzt funktioniert das Ganze mit dem Merve Pinsel halt extrem gut. Der ist sehr, 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 sehr schmal und damit ziehe ich mir jetzt eine Cut Crease. Merve ist die Cut Crease Queen. Ist halt auch super talentiert dabei. Es gibt auch Eyeliner Brushes. Schaut euch mal auf den Webseiten der Leute um ein bisschen. Okay, sehr, sehr schön. Ich mag den Effekt. Ich mag die Schärfe des Pinsels. Der ist wie eine Rasierklinge. Und dann gehen wir mit dem Finger in die Marvin Palette. Ich starte erst in Good Night. Das ist ein Pink mit so ein paar Silberreflexen. Und tupfe mir das hier rüber. Hat so einen leichten silbernen Touch. Und dann aus dem Schickimicki Set diesen kleinen Pinsel. Das ist die Nummer 10. Und gehe in Fairytale. Uh, das ist ein loser Ton. Den presse ich hier rauf. Das ist ein topper Shade. Also das ist kein richtiger Lidschatten, sondern ein topper Shade. Genauso wie Wet Dreams. Die geben aber so einen krassen, schimmernden Effekt auf dem Auge. Also je nachdem, wie das Licht fällt, seht ihr das. Reflektiert das einfach so in Grün und Gelb. Krass. Ist ein bisschen schwierig mit dem Pinsel das Pigment rauszunehmen, weil sie halt sehr, 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 sehr lose sind. Aber die als Highlighter kann ich mir echt gut vorstellen. Nice! Die Kante ist super scharf. Also die Dinger sind krass. Machen wir weiter mit der Base. Da gibt es natürlich jetzt keine Foundation von einer Influencerin oder einem Influencer. Es gibt aber von Dianas eigener Brand diesen Beauty Sponge, den Softie. Packaging 10 von 10. Das kommt in dieser kleinen süßen Box. Und der wird riesengroß. Also der hat sich mindestens verdoppelt, würde ich sagen. Ist sehr, sehr weich. Hat eine schöne Spitze und die Verpackung ist wirklich süß. Ich mache mir jetzt einmal Foundation rauf und nehme dafür einfach hier die Dianas Foundation. Erstmal so ein bisschen hier rüber. Er ist sehr, sehr weich im Gesicht. Das merkt man sofort. Er nimmt nicht zu viel Produkt auf. Mhm. Sehr, sehr gut. Fühlt sich weich an. Ich glaube, bei Beauty Sponge kann man auch wirklich nicht viel falsch machen. Mittlerweile sind die Schwämme wirklich sehr, 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 sehr gut. Und der ist auch sehr weich. Ihr habt eine Spitze. Man kann ihn mit Sicherheit auch einfach in die Waschmaschine kloppen und dann ist er wieder sauber. Ganz, ganz wichtig nur. Macht das nicht mit Buntwäsche, sondern wirklich dann nur mit weißer Wäsche. Und wascht ihn ein Stückchen aus. Weil ich habe neulich einen gewaschen. Der ist jetzt blau. Tatsache ist der Schwamm wirklich gut, weil ihr seht, er hat nicht zu viel Produkt mit aufgenommen. Er hat das immer sehr, sehr gut abgegeben. Und die Porenstruktur davon ist auch ein bisschen gröber. Das heißt also, er gibt der Haut ein recht ebenmäßiges Porenbild. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mache mal kurz den Rest und dann geht's weiter. Während der Concealer so ein bisschen antrocknet, benutze ich diesen Pinsel hier. Das ist die Nummer 3 von Diana. Der ist sehr, sehr fest und sollte dafür eigentlich ganz gut sein, um zu konturieren. Dann nehme ich so ein bisschen Contouring-Produkt und presse das hier richtig schön in die Seite. Oh ja, der nimmt gut Pigment auf. Dann könnt ihr das einfach so ein bisschen ausblenden. Nice! Muss ich dazu sagen, ich rutsche damit niemandem in den Hintern. Weil ganz ehrlich, wahrscheinlich die Hälfte der Leute wird es gar nicht sehen, dass ich die Produkte genutzt habe. Und am Ende ist es, ich mache es ja auch eigentlich nur für mich und für euch, um einfach zu schauen, wie die Produkte sind. Und ich weiß einfach, dass die Sachen gut sind. Und das ist, ich weiß nicht mehr, wann es das letzte Mal war, dass ein Produkt wirklich schlecht war. Ich kann mich nicht daran erinnern. Klar, es gibt immer mal jemanden, dem ein Produkt nicht gefällt oder für den ein Produkt nicht funktioniert. Aber richtig, richtig schlechte Produkte habe ich schon lange nicht mehr gesehen von einer Influencer-Marke. Okay, Concealer ist drauf. Ich fixe das Ganze einmal mit meinem Microfiber Multi-Tool Mini und einem losen Puder, was ich auch gerade teste. Ich bin aber ehrlich gesagt noch nicht so überzeugt davon. Irgendjemand hat mir neulich gesagt, dass wir mittlerweile auch fast ein Full-Face-Maxim Giacomo machen könnten. Wir haben ja wirklich viele Produkte mittlerweile ausgebracht, Freunde, mit denen man aus allen Kategorien was machen kann. Wobei ich das eigentlich vielleicht doch gar nicht so schlecht finde, das Puder. Mal schauen, ich muss es weiter testen. Okay, wir haben einen großen Bronzer-Brush. Und den möchte ich natürlich benutzen, um den Hatice Schmidt Labs Bronzer zu benutzen. Die sind sehr, 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 sehr gut. Und vor allen Dingen mit solchen Pinseln kommt man damit sehr weit, weil er ganz leicht ein Produkt aufnimmt. Und der ist so ein bisschen flach und damit kann man das Produkt nur aufstempeln. Also du kannst gar nicht so grob übers Gesicht gehen, weil der Pinsel das gar nicht hergibt. Und das sorgt dafür, dass die Base einfach viel, viel weicher wird. Und den Bronzer, den kennen wir, den lieben wir. Das ist schon ein krasses Ding. Also was sie da gemacht hat, phänomenal. Ein bisschen Eigenwerbung muss aber auch sein. Ich nehme meine Facepalette, gehe in Tan Lines und taste das hier nur so ein bisschen rüber. Einfach um noch ein bisschen mehr Bewegung und ein bisschen mehr Wärme zu haben. Das ist natürlich heute ein Look, der sehr summery, sehr bunt ist. Und da kann man auch ein bisschen mehr nehmen. Ein bisschen Beach Vibes darf natürlich auch nicht fehlen. Der ist sehr pigmentiert, I know. Übrigens, DM Online ist, glaube ich, auch schon seit einer Woche mittlerweile ausverkauft. Schaut mal bei Purish, bei Cosmetic for Less, falls ihr die Sachen noch nicht habt. Diese Base ist anders. Boom! Heute ist das ein krasses Make-up. Freunde, wir sind noch lange nicht durch. Ich mache mir mal den unteren Wimpernkranz. Ein phänomenaler Look. Wow! Wir haben noch Lashes, Freunde. Und zwar habe ich mich jetzt für die Flashy Lashes von Diana entschieden. Das sind die, ich glaube, intensivsten. Bei diesem Look muss es intensiv sein. So sehen die einmal aus. Die sind intens. Es gibt aber auch sehr, sehr softe, mit, glaube ich, sogar einem transparenten Wimpernbändchen. Ein mittleres, alltäglicheres Set. Und die sind natürlich für so einen Look prädestiniert dafür. Deswegen klebe ich die mir einmal auf. Ein bisschen was auf die Lippen. Und muss sagen, das ist ein krasses, krasses Make-up. Ich liebe es. Hier war kein Produkt dabei, was ein Flop war. Herzlichen Glückwunsch an wirklich alle. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns, dass wir diesen mutigen Schritt wagen, um unsere eigenen Marken zu gründen. Und so tolle Produkte rausbringen können. Vielen, vielen Dank. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Und wir sehen uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf.